Willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Ich bin euer Firubo und wir kommen uns weiter hier um. Und ich glaube, ich bin gerade wieder in Anfangsraum gelaufen. Ja, ich bin wieder in Anfangsraum gelaufen. Ja, wir machen den Küstenmarktturm gerade. Ich bin mal gespannt, was wir so hier entdecken werden. Wasser, Tod und Verderben. Sehr schön. Ja, alles klar. Weg läuft. Ich habe. Schau mal, ja. So, aua. Ich bin glatt, ich bin glatt. Ich habe noch Sachen, ey. Die Gäste erkennt noch. Alles schön. Kein Problem. Aua. Dann brauch ich mal einen Heilsrank erstmal. Aua. 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 Noch eine eher. Aua. Ja. Ui. Kannst du laut sagen. Schaffen wir den Sprung? Ich weiß es nicht. Mal hier. Da können wir rüber. Aber schön langsam. Okay. Ja. Nicht zu überstürzen. Hast du gehört? Wehe du stammst rum Gladio. Hä? Ich doch nicht. Echt mal Gladio. Voll unfair von dir Gladio. So wir haben es eigentlich geschafft oder? Jawohl. Hm. Wie kommen wir da rüber? Ist eine gute Frage würdest du sagen. Ja. 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 Was? So. 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 Ja, wo sind die denn, die anderen beiden? Ist das irgendwo hier unten, oder was? Hä? Was war das jetzt? Das Spiel wusste selber nicht mehr, ob ich angreife oder nicht angreife oder sonst irgendwas. Habe ich das Gefühl. So, dass ich jetzt noch nicht rüberspringen kann. Okay, was war das? Ausrüstung, Noctis, gehen wir da drauf. Dolche. Heiligen Lichterfüllung. Noch mal heilige Waffen. Noch irgendwas mit heiligem Licht in Waffenform? Sonst nicht, ne? Hey, lass den Quatsch! War ein Ausrutscher. War ein Ausrutscher. Hier ist auf jeden Fall wieder so ein Elektrovieh. Da können wir auch nochmal runterspringen, theoretisch. Aber wir gucken jetzt mal hier. Ich würde sagen. So, hier geht's nicht weiter. So, hier. Da wächst es einfacher. So. So. Schluss mit dem Elend. Zack. Heiß Magie. Weiter. Ja. Wenn man schafft's. Ja, wir sind ein Gegner. Ja. Machen wir's kurz. Faster. Ich bin überwältigt. So, wenn ich halt... Die ganzen Puddingfischer hier. Müsse ja noch mehr sein, ne? Müsse ja noch mehr sein, ne? Ja. Okay. Das sind die stärksten Pücher hier. Ja komm, greif mich auch. Wie gesagt. Keine Zeit zu verlieren. So, sehr schön. Lagt da oben noch was? Ich weiß es nicht. Oh, Kapazität ist voll. Schauen wir mal eben. Magie. Nur Blitz ist nicht voll. Okay. Ja, ja, ich weiß es ist. Ich würde eigentlich einfach nur hüpfen. So, hier geht es noch. Nach unten, okay. Oben lag jetzt nichts, ne? Ich weiß es gerade nicht. Ich möchte nochmal nachgucken. Oh, alles so verstommen und verworren hier. Der Dungeon ist auch wieder größer. Wie scheint es? Hier lag nichts. Hier lag nichts, sehr schön. Ich kann leider auch nicht rüberspringen. Finde ich mal netzend. Ich würde gerne einfach runterspringen können. Na gut, dann laufen wir halt. Ui, bis es uns schlecht wird. Bis es uns schlecht wird. So, hier kriegen wir auf jeden Fall den Königshafen, ne? By the way. Der wurde hier geklaut, unser Letzte. So, wo führt uns der Weg hin? So. Ich wollte es mich erschrecken, wenn ich das Mist zwinge. Vergiss es. Vergiss es. Ja. So. Verstanden. Gut, den haben wir aber, der deckt sich ja schön. Du hast vorhin was aufgenommen. Ah, nur klasse. Ja, lässig ist immer. Na, weil du mich angreifen, dass ich blocken kann. Komm, bleib dich an. Oh. Sehr schön. Oh, jetzt nix noch ein Item. Schon kommt eigentlich hier einfach gar nix. Ah, das ist wahrscheinlich die Waffe mit dem heiligen Licht, würde ich sagen. Oder? Ja. Ja. So, was ist denn hier oben aus? Komm, machen wir einfach hier auf heiliges Licht jetzt. Schön der Krieger des heiligen Lichtes. Klappern. So, wo können wir hin? So, da vorne ist ein Item. Eine Gedenkmünze. Also, da frag ich mich auch jedes Mal, wenn ich hier überall Gedenkmünzen finde, war der Kanzler hier überall? Okay. So, hier könnte ich irgendwie runter oder so. So, da geht's auch noch runter. Ah, hier ist sogar eine Treppe. Okay. Okay. Diese Tür. Kann wir öffnen. Aus meinen Augen. Zack. Hey, du kämpfst hier nicht ganz alleine. Sag uns, was wir tun sollen. Ja, gib jetzt mal Punkte zusammen. Wer ist damit? So. Na, komm. Ich hab zwar, ne, aufbewahrt, aber egal. Dann gucken, ob das mal ein Elixier. Ja. Sehr schön. Er wird gar nicht niedergeworfen, weil der hat nicht mehr viel Leben. Ich kann sagen, ich könnte mal die Klappe halten vielleicht. So, zusammen willkommen, ein Superlex hier, okay. Jetzt sind die nur am meckern, ey. Klappe halten. Hier geht's auch nochmal weiter. So. Hier ist das Auffall. Hier ist das Auffall. Hier ist das Auffall. Hier ist das Auffall. Super, alles klar. Ich steck's da nach oben. Hier ist das Auffall. Oh mein, Ignis. Klar. Okay. Auch. Kommt da so ein Roller. Los geht's. Kann ich vielleicht mal blocken oder so? So, endlich. Nicht übermütig werden. Hier ist ja richtig in Fahrt. So. So, er erledigt. Das war ein böser Schwertschwinger. Klar. Klartien reif. Okay. So, warte. Wie viel Magie haben wir jetzt? Vielleicht sollte ich doch... Komm, wir stellen einen her. Ist jetzt egal. Ist der Blitzanteil halt ein bisschen den Trigger. So. So. Wir haben kaum noch Reflexverstärker. Oh mein Gott. So. Ausrüsten. Für den hier. So. Will ich einen Schmidt nehmen. So. Dann geht's hier weiter. So. 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 Ich hab die auf einen Block gebrochen. Ich hab die weggebrochen. Wo ist mein Team? Was ist mit mir passiert? Warum hat er die ganze Zeit nicht geglaubt und irgendwelche Angriffen gemacht? Das ist auch erledigt, sehr schön. Was haben wir? Ein Talisman. Energy. Gut. Schwarz-Falz-Band, das ist gut. Oh, ne, ich bin mir nervig von mir. Hier geht's, Equus. Bleib... Einmal! Ja! Schon wieder? Na komm, geh down. Sehr schön. Und noch ein Sieg. Der Kampf war einseitig. Ist doch egal. Ist doch fucking nochmal egal. Mega-Trunk, okay. Oh, wow. Wo sind wir denn hier? Ziemlich geräumig. Ach, Menno. Dabei habe ich überhaupt keine Lust mehr zu laufen. Ach, prompt, du hattest mal die Klappe. Stimmt, wahrscheinlich gibt es ja noch ein Zeltlager. Genau, das wollte ich verhindern. Oh, Mann, oh, Mann. Wir sind der Exit, ein Nacktes. Oh, Mann. So, dann. Oh, Mann. Noch ein Samurai, ja geil. Aber sowas, ne? Ja, wir sind das. Ja, wir sind noch ein paar Vienten. Was ist das? Was ist das? Näh, den mach ich immer besser Dann kommen die alle her wieder Hör mal rein, Gladio Das war hart Das war richtig hart Puh So, wir sind da richtig gestorben Unterwegs Zwei von den übenden Sommerreis Ist das schon aus nochmal Wollte ich sagen Uiuiui So, weiter runter So Ange Ange Ist okay So So Alles klar Ja Vorsicht Puh Ich steck dir den Rücken Ich verlass mich drauf Ich steck Ich steck Zack Uiuiui Leute gibt die das Spiel wirklich durchspielen wollen Ohne irgendwie einer getroffen zu werden Frage ich mich Möglich ist das bestimmt aber So Holy Shit Was für ein Kampf Nein Da wollte ich nicht hin Wir sind immer noch nicht auf der Richtigen Ebene Okay Was ist das hier? Äh So Wenn sie sich Ich hab mich wieder Ich hab mich wieder zurückgeportet Wow Geile Da geh ich nach oben Dann geh ich Hier weiter Na gut dann kann ich mir wenigstens einmal sparen Wieder nochmal hier reinreisen zu müssen So Kann ich einfach hier mal gucken Und ausprobieren Ich hätte gerne wissen ob ich hier Aber hier musst du einfach Da unten scheint was zu sein Und wir sicher auch bald Wenn der Boden hier einbricht Ja Aber das Risiko ist es wert Ich hab's doch gewusst ey Oh wir haben noch zwei Tage schon gewusst Ob das hält? Pass lieber auf noch Das muss Das muss halten Sind wir alle tot? Hier geht's runter Okay Machen wir oder? Klar Echt? Seid ihr sicher? Noct Ganz in Ruhe So Na klasse Samurai Heini Das ist Na klasse Samurai Heini Töter Töter Geschafft. Oh, komm, hier waren wir noch gar nicht. Oder? Na, hier auf dem Neue waren wir noch gar nicht. Sieh mir einer an, was haben wir denn hier hinter? Schau doch mal. Ach. Erschneid mich nicht so, du scheiß Stylen. Ach. 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 Gibt es hier noch einen zweiten Schalter oder so? Nein, gibt es nicht. Hä? Ich bin verwirrt. Ich schaue mal eben ins Buch. Oder was wir machen hier an der Stelle? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bevor die Folge wieder zu lang wird. Also, haut rein. Ciao, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020